Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield. Wieder mit den Kravitz. Hallö schön. Und im Close-Quarter-Map Operation 925. Exakt. Genau. Mit Eroberung, ne? Genau. Oder wenn nochmal die deutsche Übersetzung heißt Eroberung Domination. Genau. Domination. Ah, geht doch. Und wie man, glaube ich, gerade unten lesen kann, ich habe die F2000... Mein Gott. Und tot. Die F2000 mit dem Frontgriff und dem Laserpointer dran. Laserpointer. Und aus der Hüfte schießen, sagst du, ne? Genau. Also wenn ich mit der Spielschieße eigentlich nur aus der Hüfte. Wie ich das vierte Mal eine Folge von einer Shotgun erschossen werde. Da kommt Freude auf. Das nervt, glaube ich. Ne, 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 macht Spaß. Schlimm finde ich ja nur, wenn es derselbe ist. Ne, ist irgendwie jemand anderer. Also nicht immer, aber... Ach, Manno. Ich wollte mit dem Depi killen. Oh, auf Close-Quarter ist es manchmal schon schwieriger. Ah, schade. Spaß. Der kam um die Ecke gelaufen, ich schon mit den ausgestreckten Depis. Ja, der muss ja eh dazu stehen bleiben, ne? Daher ist das ja eben auch so schwierig. Ach so, geht nicht, wenn die sich bewegen? Ne, 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 da geht das nicht. Also es geht schon manchmal, das ist aber... Da müssen die quasi schon ein bisschen angeknackst sein, nicht wirklich volle HPs haben. Ach so, ja. Das ist möglich. Ach, ich muss mal hier diese... So, jetzt. Mal die Scheiße hier wegräumen, die hier liegt. So. Ja, wo sindste denn? Ich höre sie hier nur ballern, aber ich sehe keinen. Ja, ich, äh... Geht mir fast genauso. Ich sehe sie immer nur von hinten, gerade. Wenn dann die vorbeilaufen über deine Leiche. Ja, so ungefähr. Jetzt sind wir hier so ein bisschen anstrengend, glaube ich. Dann wirst du nach hinten. Ja, hey, weiß ich nicht. Verdammt. Du hast zumindest Hilfe durch Spike Hill gekriegt von mir. Nein! Also, in dieselbe Ecke darfst du nicht nochmal laufen. Na, stimmt. Na, ich war auch herzierungslos. Das ist Selbstmord. Das ist halt generell so, ne? Wenn einmal einer gesichtet wurde, nicht in dieselbe Ecke. Oder nochmal quasi an derselben Stelle nochmal vorkommen. Das machen viele. Ja, oder campen immer an derselben Ecke, ne? Ja, das ist... Das ist eh Fail. Position immer wechseln. Das ist super wichtig. Boah, jetzt hat die super lag. Ja, Lito. Hat die auch. Dann war ich tot und ich hatte Pech. Wie geil das immer ist. Pech? Äh... Bad luck, aha. Haha, genau. Ach, da waren wir dann mit dem Nicht-Bewegen. Haha. Ach, schon wieder von hinten. Hallo. Geh doch mal weg. Ich nehm gleich ne Schrotflinte. Äh, das hab ich mir auch gerade so gedacht. Okay. Vielleicht kommt die Spaß. Genau. Dann geht das los. Vielleicht hast du ganz viel Spaß. Obwohl es nicht nur meine Topfwaffe, ne? Nicht? Ne. Ich mein, war so lange. Okay. Diese Runde geht an uns. Zur Hölle mit denen. Over. Dacht schon, wer Ende. 6 Uhr Tickets? WTF? Ne. Das dauert dann schon noch ne Ecke. Glaub ich. Okay. Oh nein. Oh, wusste ich. Wo kam der denn her schon wieder? Schöne Schrotflinte wieder. In den Rücken rein. Haha. Das ist wohl so ne äh... So ein Server hier. Da stehen sie drauf. Verlieben zu kommen. Genau. Voll für'n Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ne Downgy. Mit 9% hat er mich dann noch ne... Oh. Ich lebe bitte. Na guck mal. 2 Defips. Oh. Echt? Jo. Geil. Ja, die haben sich gerade schön mit dem Rücken zu mir umgedreht. Da konnten sie nie anders. Ah. Ich muss da drauf achten. Muss ich da drauf achten. Muss ich da drauf eigentlich nicht. So ein kleiner... So ein kleiner Zip in den äh... Bobbes. Tut jedem gut, glaub ich. Oh, ich glaub das wär Hardcore. discover learn event und würd da mal Konservismus einsetzen. Ohhhhh... Na wo sind sie denn alle? Dichter als echt rum. Dichter als echt rum? Ich bin gerade bei... B. Ich bin... Oh, untowest. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, weil ich suppressed bin. Du meinst, wo schwommen bist du. Genau. Hey, manchmal macht das schon ein bisschen Spaß mit der... Spaß. Ja, damit hatte ich auch mal, ich glaube, fast... Hilfe! Eine meiner besten Runden hatte ich damit mal. Ja, hey. Mit der Spaß. 46,6 war das, glaube ich. Boah, im Moment aber ist gar nichts los. Nichts. Ja, gab schon mal Besserungen, ne? Das war gestern so ein Tag, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, nichts getroffen, so. Da warst du immer nur Zweiter, ne? Nee, das war echt, war einfach nicht mein Tag, so. Aber immer so, keine Ahnung, immer so Pech gehabt, irgendwie... Hast du gewusst, okay, da um der Ecke steht einer. Dachtest du dir, okay, der kommt bestimmt gleich. Dann kam er nicht, natürlich. Und du hast dir dann gedacht, okay, dann holst du ihn dir halt jetzt. Was ist passiert? Ey, der steht schon, der steht immer noch in der Ecke. Gott. Ähm. Und dann kam er aber, ne? Und dann kam er, genau in dem Moment, weißt du. Er läuft so an die vorbei, dreht sich und ist tot. Ja. Hey. Ist da immer einer in einer Ecke, oder was? Hier gerade, ja? Ja. Wo ist der Typ? Da ist er. Er steht halt immer noch da. Ja. Steht halt. Hat sich gewehrt. Aber dann hat er doch nachgegeben. Oh, die MK3. MK3? Oder MK3A? Ach so, dieser Shotgun. Ja, ätzend. Oh Gott. Das ist so ziemlich, wahrscheinlich das Schlechteste, äh, ja, was es gibt in den Spielen. An Waffen. So, diese MK, was ist das? MK3A, irgendwie sowas. MK3A1 oder so, ne? Ja, ja, genau. Richtig schlimm. Nein, ihr passt nicht durch. Egal, ging trotzdem. Oh. Egal, noch positiv. Oh, ich glaube, hier ist ein Clan drauf. Echt? Oh. Dem gut ist jetzt oben. Die Schweine. Oh. Ach, guck mal, wir hatten da eine Schrote. Der hab ich aufgehoben. Genau. Aber wen ist denn das Slug? Ja, Slug ist, äh, generell so ein bisschen OP. Da musst du nur einmal reinhalten, ne? Ja. Ich mach mal die Dinger hier weg. Je nach Distanz, glaube ich, aber auch. Na, was ist, glaube ich? Schon je nach Distanz. Oh. So, Kopftreffer. Probieren wir doch mal was anderes hier. Die IK. Oh, ich hab jetzt auch mal die, ähm, MCS genommen. Ja. Also, wenn ich schon mal Shotgun spiel, dann die eigentlich. Oder die Spass halt, aber. Eigentlich mag ich die mehr. Ich spiel auch immer mit, mit hier, ähm, ja. Da waren wir letztes Mal schon bei. Mit Ironside. Achtung, wir haben das verdammte Einsatz. Ironside? Quasi ohne Visier. Ah, jetzt weiß ich wieder. Kann kurz überlegen. Meint der denn? Ja. Ja. Was laberst du? Ja. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder kein. Hallo. Hui. Wir verlieren, wenn wir nicht besser werden. Wir verlieren, wenn wir nicht besser werden. Kenn ich. Jau. Ja, 100 Tickets vorsprungen. Nö. Oh, ich hab sogar Nemesis-Opfer. Geil. Oder war ich dat? Oh, da kommen ganz finstere, äh, Ähm, Erinnerungen in mir hoch gerade. Von Nemesis? Ja, hab ich gestern Metro gespielt und, äh, wollte in einer Ecke hoch. Irgendwie stand hinter mir so 5, 6, äh, von meinem Team. Wollte in einer Ecke hoch und da stand hier so ein By-Pot-Pro natürlich, ne? Wieder. Mit deinem By-Pot. Und, äh, hat mich halt direkt mal gekillt. Und dann wurde ich, glaube ich, keine Ahnung, 10 Mal, also wiederbelebt hier. Ach so, ja. Und, äh, ja, dann hat der mich halt auf dem Nemesis, ne? Ja, stimmt. Und dann hat gleich. Ruckzuck. Ja, man braucht nur einen guten Sunny dabei, dann ist man ruckzuck den Nemesis von einem. Äh. Ne, andersrum. Dann Nemesis-Opfer. Weißt du, was du sagen wolltest? Oh, wer ist da denn noch? Hier auf der A-Flagge ist auch gern so ein, äh, äh, da gammelt so ein, so ein Supporter-Mann wieder rum. Legt überall C4 und, äh, jagt dann den Spot hoch, sobald du drauf bist. Ja, hab ich gerade schon mit einer Granate vernichtet. Ja, das hätt ich vielleicht irgendwann machen sollen. Also ich mach's dann auch, wenn er meine Teamkameraden machen. Bei C, da ist auch wieder alles voll. Und wie fühlt sich jetzt die Mausbeschleun- Ah, Mausbeschleunigung, sag ich schon. Die Mausgeschwindigkeit im Cross-Chorasan? Ja, eigentlich schon besser. Musst dich ja relativ viel drehen, ne? Hier ist ein Camper in der Ecke, hier ist ein Medikit vorgeschmissen. Nein! Oh. Was, hätte ich noch ein D-B-D... Ja, okay. Noch so ein D-Fib-Opfer gefunden. Hat noch geklappt? Nee, 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 nee. Der wurde dann schon erschossen. Genau, D-Fi-Kill. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte heute. Genau. Auf, auf. Ja, ich muss immer von hinten kommen, da ist das Problem, ne? Ja, schon. Meistens bückt eh irgendwo einer ab von der... Ja, normal. So ein schöner Camper, das wär jetzt was. Ja, hey. Wie er sich versteckt. Hier ist das Medikit. Und nachladen. Oh, Claymore. Claymore's hasse ich. Ja. Absolut. Da... Und der C4-Penner. Wat für'n Arsch. Gibt's auch bei uns einem Team, oder wie? Ja, zumindest hatten wir jetzt gerade erwischt. Wie auf mich jetzt dieser Spaß schon erledigt hat, ne? Warum, bist du schon dreimal gestorben? Nee, äh, 13 Mal. Aber die 13 hat gestorben. Warte, ich ärgere mal hier so'n Camper. Hey, schnapp dir das Medikit. So'n Camper? Hier, dein Medikit. Wo ist er denn? Der ist bei C gerade. Bei den...